Guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Medienkommentar, den wir mit dem folgenden Zitat des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Franklin Roosevelt beginnen. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, dann kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war. Als vor einigen Tagen die gesamte Weltpresse einhellige Einheit bewies und den ehemaligen luxemburgischen Premierminister und frisch gekürten EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker in Bausch und Bogen verdammte, rieb sich der aufmerksame Bürger verwunder die Augen. Sollte es tatsächlich so sein, dass die Presse mit einem Mal die Machenschaften der Politiker ungeschminkt aufdeckt? Was war geschehen? Unter dem Regierungsvorsitz von Herrn Juncker entwickelte sich das Fürstentum Luxemburg zum weltweit zweitgrößten Investmentzentrum direkt nach den USA. Möglich wurde dies durch eine sehr freundliche Steuerpolitik für Unternehmen, welche es großen multinationalen Konzernen ermöglichte, ihre Steuerlast auf weniger als ein Prozent zu drücken. So etwas nennt man auch Steuervermeidung. Diese für die Unternehmen sehr vorteilhaften Steuersätze wurden in den letzten fünf Jahren durch Verhandlungen hinter verschlossenen Türen zwischen dem ehemaligen luxemburgischen Premier Juncker und den Firmenvertretern ermöglicht. Und jetzt tauchen über diese geheimen Steuerabkommen plötzlich 28.000 Seiten hochbrisanter und geheimer Dokumente bei den Pressevertretern auf. Diese als sogenannte Luxemburg-League, zu Deutsch Luxemburg-Leck, bezeichneten Dokumente werden zu Recht als schwere Geschütze gegen Herrn Juncker verwendet. Sind auf einmal Dinge wie diese Steuerabsprachen, die hinter vorgehaltener Hand sowieso bekannt waren, an die Öffentlichkeit gebracht worden, um den europäischen Kommissionspräsidenten Juncker auf Linie zu bringen? Gibt es ein verbogenes, höheres Interesse, Herrn Juncker gerade jetzt zu diskreditieren? Diese Beurteilung liegt nahe. Denn es gibt hinter verschlossenen Türen noch andere, viel gewichtigere Geheimverhandlungen, in die Herr Juncker als europäischer Kommissionspräsident jetzt involviert ist. Gegen diese Verhandlungen gleichen die Luxemburger Steuerdeals eher einem Kindergeburtstag. Gemeint ist das TTIP, das transatlantische Freihandelsabkommen mit den USA und das dazugehörige Investor-State-Dispute-Settlement, kurz ISDS. Mit ISDS sind von der Öffentlichkeit völlig losgelöste Schiedsgerichte gemeint. Sie können im Interesse von Großkonzernen im Streitfall die Rechtsprechung ganzer Länder aufheben und die elementarsten Interessen von europäischen Bürgern aushebeln und zunichte machen. Und genau diese Rechtshoheit der europäischen Staaten wollte Herr Juncker bewahren und hat als europäischer Kommissionspräsident Nachverhandlungen für das Freihandelsrahmenabkommen verlangt. Hierzu wird Jean-Claude Juncker zitiert, Er werde nicht akzeptieren, dass die Rechtsprechung der Gerichte in den EU-Mitgliedstaaten durch Sonderregelungen für Investorenklagen eingeschränkt wird. Das geplante Freihandelsabkommen ist also äußerst umstritten und Kritiker fürchten insbesondere die erwähnten Schiedsgerichte. Diese werden als eine Art unangreifbare Paralleljustiz kritisiert. Man muss damit rechnen, dass diese sogar zum Schutz von Investoren gegen die Interessen von ganzen Ländern entscheiden werden. Dass Herr Juncker von der Presse nun aufs Korn genommen wird, kommt den Multikonzernen sehr gelegen. Haben diese doch ein großes Interesse daran, dass Herr Juncker seine Lektion versteht, sich umbesinnt und die geforderten unabhängigen Schiedsgerichte nun doch zulässt. Das zeigt nur eins. Wenn es um zukünftige Gewinne geht, sind die multinationalen Konzerne alles andere als symbolisch und lassen einen alten Weggefährten wie ein Herr Juncker auch mal politisch gesehen über die Klinge springen, wenn dieser den internationalen Interessen in die Quere kommt. Dass er in der Vergangenheit genau diesem Klientel in Luxemburg äußerst vorteilhafte Steuerdeals verschaffte, scheint dann nicht mehr zu zählen. Wir werden für Sie weiterhin an dieser Sache dranbleiben und uns auch bemühen, hinter die Kulissen zu blicken, um Ihnen die wirklichen Zusammenhänge aufzuzeigen. Besuchen Sie uns bald wieder, hier auf Klagemauer TV. Guten Abend. 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 Vielen Dank.